Hey, Mom. Hallo, Liebes. Was gibt's denn? Ich muss dir was erzählen. Und was musst du mir erzählen? Oh, es ist schwierig zu beschreiben. Du weißt, du kannst mir alles sagen, mein kleiner Lieberling. Ich sag's dir nur, wie du versprichst, nicht sauer zu sein. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ansonsten sag ich's dir nicht. Das ist aber etwas unfair, oder? Ist mir egal. Überleg's dir. Gut. Ich verspreche, nicht sauer zu sein. Klasse. Also, ich hab deinen Dior-Lippenstift geklaut. Und die Wand in der Küche ein wenig verschönert. Ah, ja. Du weißt, dass die Wand frisch gestrichen wurde, oder? Ja, aber das Weiß hat mir nicht gefallen. Schön, schön. Und wo ist der Lippenstift jetzt? Ich hab ihn gegessen. Du hast ihn ge... Sag mal, willst du eigentlich noch irgendwas? Du hast verbraucht, nicht wütend zu sein. Wenn du mich jetzt anschaut, kann ich dir nie wieder vertrauen. Alles klar, ich bleibe... Nein, weißt du was, ich bin stinkwütend, du Kleines und dann kam es... Längst du wohl hier, Herr Kacke?